ich glaube so kommen wir schneller als wenn wir das Ding jetzt erst durch die Gegend schleppen gut mal gucken wo wir jetzt hinkommen hier ein Aufzug super wohin steht natürlich nicht dran wir lassen es überraschen Mr. Clark ich muss mit ihnen reden mein Name ist Terence Kine Dr. Kine hören sie wir haben nicht viel Zeit wenn sie das Shuttle wirklich reparieren können dann gibt es eine bessere Verwendung dafür als zu flüchten sie müssen verstehen die Kräfte die hier am Werke sind sind gewaltiger als sie es sich vorstellen können wenn sie jetzt weg gehen dann verurteilen sie die ganze Menschheit zum Tode der Planet wird niemals innehalten es sei denn der Mark habe zurückgebracht verstehen sie denn nicht die Kirche hat Unrecht das ist alles eine Falle ich habe es gesehen bitte mir helfen und da hat er sowas von Recht wir sollten eigentlich nicht flüchten eigentlich sollten wir einfach sterben und es dabei belassen beziehungsweise den Marker irgendwo hinbringen Hey Zack also Hammond leider noch ein bisschen für mich ne eigentlich sollte man den Marker irgendwo wegbringen und verstecken wo ihn niemand finden kann denn es ist ja wirklich so wenn man mit der Infektion im Körper jetzt irgendwo hingeht dann wird man die ganze Menschheit damit verdammt aber hey das interessiert uns von Isaac doch nicht wir wollen natürlich trotzdem fliehen was sonst ich fände es ja weitaus heldenhafter wenn er den Freitod wählen würde das halt Hey Slender ähm ja tschüss ich kriege ihn nicht tot oh hey freut mich ähm Slenderman Slenderman äh Isaac muahahahaha TNT Hodensack bestens genutzt so ich geh mal einen Schritt zurück damit ich hier die Übersicht behalte gegen dieses eklische Tentakelgeflapper so jetzt stirb doch mal du blödes Drecksvieh was bist du denn ganz ehrlich man muss ganz schön krank im Hirn sein um sich diesen ganzen Scheiß auszudenken und ich kann die Muni nicht aufnehmen habe ich denn wieso kann ich die Muni nicht aufnehmen ach jetzt doch ok warum auch immer das gerade nicht ging gut gut haben wir das die Slenderman sind ein bisschen unschön ich mag die wirklich nicht weil also nicht weil sie selbst jetzt so blöde werden sondern ihre Nachfolgefiecher oh was denn jetzt schon wieder ach schon wieder ja das sind ja ehrlich gesagt meine Freunde die machen Spaß die bringen was zum Explodieren und sind jetzt nicht so gefährlich und vor allen Dingen wenn große Gegnermassen ankommen sind sie immer ganz nützlich sogar so da müssen wir sogar lang dann wollen wir natürlich mal wieder nicht da lang gehen sondern wir gehen hier drüben lang erst hier drüben lang nicht da rein ok 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 so was haben wir denn hier irgendeine Schießstandsteuerung ok was haben wir denn da lustiges ich werde jetzt nicht meine Muni da drauf ballern das kannst du aber vergessen ich glaube es hackt bei euch pfff vielleicht noch introduce your enemy enemies to your friend gerne doch gebt mir die Waffe dann sehr gern oder kriege ich die wenn ich hier das schaffe wenn hier irgendwo ein Speicherpunkt wäre würde ich das sogar mal probieren schauen wir mal ganz kurz irgendwo muss man noch hier speichern können dann würde ich das glatt mal machen so hey du hast da was was ist denn mit deinem kleinen Füßchen hm flipp weg was ach Kumpel du hast es schon nicht einfach nicht wahr so ich hatte jetzt gehört ähm im Mittelalter gab es wow hey dude haha ok äh ich hatte jetzt gehört im Mittelalter gab es wohl eine grassierende Seuche die vom Mutterkorn ausging für alle die nicht wissen was Mutterkorn ist das ist ein Pilz der an Getreide äh sich befindet oder der an Getreide entstehen kann und der die Lyserksäure ausbildet für alle die nicht wissen was die Lyserksäure ist das ist das äh die Startverbindung zur Synthese von LSD im Prinzip beziehungsweise das ist die ursprüngliche Verbindung von LSD die auch natürlich vorkommt und ähm die Berichte die Zeitgenössischen aus äh damaligen Tagen haben wohl berichtet dass die Leute während der Seuche bei lebendigem Leibe erfahren mussten wie ihnen die Knochen äh nicht die Knochen wie ihnen die Gliedmaßen vom Leibe abfallen so mal kurz das Ding angehalten Hi Dude so kurz den Prozess geh- wow Scheiße warte 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 hey wow ich will da nicht rein geraten geh mal weg hier gleich nochmal ich will gar nicht erst in Gefahr geraten da irgendwie in den Laser zu kommen weil ich jetzt nicht weiß wo wir das letzte Mal einen Speicherpunkt hatten äh was ah juhu so eine Sause wie wie gesagt die kleinen tnt hooten säcke sind meine freunde gegen die habe ich wirklich nichts die sind sehr sympathisch gut gut hier drüben müssen wir nicht lang oder nehmen müssen wir nicht das ist gut ich will ja nichts vergessen hier vor allen Dingen die Strahlemonie nicht die hier so rumliegt so können wir den vielleicht noch hier entsorgen nicht dass dann plötzlich wieder so ein Flattermann kommt die Energieknoten noch mit eingesackt gut gut eine Stasistation wäre geil sehe ich gerade für den Rückweg dann insofern es den gibt weiß ich ja nicht so ich frage mich ja ganz ehrlich wie Hammond hier durchgekommen ist wie der das geschafft haben will hey Kumpel wo gehst du denn lang schauen wir mal der wird bestimmt irgendwo gleich durch irgendeinen Lüftungsschacht gekrochen kommen ach ich denke mal das ist irgendwas zum einsammeln hier na gut dann hat er wahrscheinlich keine Lust ich weiß es nicht sammeln wir einfach fröhlich weiter so und hier geht es in die Unterkünfte bevor wir das aber tun werde ich nun speichern und werde an dieser Stelle auch eine Pause machen eine Aufnahmepause weil ich habe heute wie gesagt ich habe es ja schon gesagt ich habe heute nicht so viel Lust irgendwie auf das Spiel generell die letzte Zeit schon nicht darum war es auch gar nicht so schlimm mit der Erkrankung für mich jetzt dass ich nicht aufnehmen konnte und ja beim nächsten Mal dann gucken mal gucken dass ich dann hier wieder frohen Mutes frischfromm fröhlich frei herangehen kann an die Sache oh hier ist ja noch Muni gut dann speichern wir ach ich konnte sie nicht aufsammeln deshalb okay und dann werden wir mal schauen dass wir hier die MS Vader wieder in Betrieb bringen kriegen irgendwie setzen können so heißt es in Betrieb setzen können um endlich von ihr wegzukommen das wäre ja ziemlich geil beziehungsweise nicht das Schiff das wollen wir ja gar nicht in Betrieb setzen sondern wir wollen ja nur den Energieknoten von ihr haben um dann irgendein Shuttle in Betrieb zu setzen mal schauen ob wir das schaffen können und wie viele Kapitel hier noch folgen in denen wir nur durch die Gegend laufen und irgendwelche Teile holen oder irgendwelche Systeme einstellen mal gucken bis dahin wünsche ich euch was Gutes wir sehen uns macht's gut Tja wenn hier doch nur ein Speicherpunkt wäre habe ich gesagt und wir haben einen Speicherpunkt gefunden deshalb probiere ich das jetzt doch nochmal außerhalb von der restlichen Aufnahmesession die ich ja gerade eben beendet habe und werde mal hier mich am Schießstand vergnüglich betun und mal schauen ob dabei wirklich was rauskommt wenn nichts dabei rauskommt landet es nicht in der Aufnahme falls was dabei rauskommt seht ihr es jetzt also falls ihr es seht wird bestimmt was passieren wenn ich es schaffe den Schießstand hier zu bewältigen ich habe es gerade schon mal probiert es gibt zwei verschiedene Arten von Gegnern einen roten und einen weißen und den weißen darf ich nicht beschießen weil das Minuspunkte gibt für den roten gibt es Pluspunkte und damit würde ich sagen legen wir mal los du bist rot du darfst beschossen werden wow ihr seht ja hinten die Punktzahl sind wir schon bei 300 so auch rot ich glaube die Schnellfeuerwaffe ist auch die richtige Wahl dabei so du nicht du bist wahrscheinlich ein guter Wissenschaftler oder irgendeine Geisel oder irgendein Zivilist und dieser abgehackte Arm soll wahrscheinlich eine gezogene Waffe die auf uns gerichtet ist darstellen oder so ich weiß es nicht genau und damit hätten wir auch schon die 1000 zusammen nachladen wäre cool aha wir kriegen Impulsprojektive gesponsert das ist aber schön und dann mal auf Level 2 ich frage mich gerade ob das auch noch herausfordernder wird oder ob das auf dem Level bleibt aber ich glaube es wird schneller kann das sein ja ich glaube das kann sein so bislang aber immer noch kein Problem ich weiß auch nicht wie viele Level dann hierbei rumkommen das werden wir dann glaube ich sehen ich finde aber interessant dass dass Impulsprojektive zur Verfügung gestellt wurden und unsere Waffe scheint automatisch nachzuladen na gut dann lohnt sich das ja richtig hier Level 3 da können wir ja hier richtig Muni sammeln geile Sache und jetzt ist es wirklich schon ein ganzes Stück schneller aber nichts was wir nicht hinkriegen könnten so das einzig blöde ist dass Isaacs riesige fette Omme die ganze Zeit im Weg ist und mir die Sicht auf die linke Bahn versperrt naja mal gucken so hätten wir es auch schon wieder ja die laden automatisch nach die Schüsse das ist geil und Medipack Mittel das können wir nicht aufsammeln weil wir schon ein bisschen voll sind drum würde ich sagen laden wir erstmal alle Waffen nach wir müssen erstmal gucken vielleicht haben wir noch irgendwas wieder nachladen können ja zum Beispiel den breiten Strahl so und die Ripper Klingen die können wir nicht nachladen ok ich wechsle mal wieder hier rüber und schon haben wir wieder Platz dafür und damit auf in Level 4 so zack Eier weggeballert wow gute Geschwindigkeit äh scheiße gute Geschwindigkeit wollte ich sagen jetzt ok man muss sich auch wirklich nicht ums Nachladen kümmern hier dabei wie es scheint weil die jetzt die ganze Zeit automatisch zu machen scheinen das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher weil ich dann einfach nur irgendwie ungefähr in die Richtung rotzen muss damit sollte das dann wirklich nicht das Problem sein mal gucken vor allen Dingen wenn dann hier Level 5 losgeht jetzt auf Level 4 ging es ja noch alles oh Halbleiter Ruin den sollten wir natürlich irgendwie mit einsacken ich weiß bloß noch nicht so richtig wie gerade so wir gucken mal Halbleiter Gold und das war ein Schema für ein großes Medipack nee haben wir das hier gekriegt ich weiß es gar nicht aber es ist schon mal gut zu wissen dass wir jetzt große Medipacks kaufen können wir müssten echt irgendwie den breiten Strahl loswerden die ganze Muni dafür aber ich werde jetzt natürlich erstmal das hier entfernen mal gucken ob wir noch eine Runde spielen können ja können wir oh geht schon los geht schon los oh nein fuck wow was das ist ja mal eine Geschwindigkeit hier Alter was oh ich muss doch ein bisschen auf den Gegnern verharmeln um sie wirklich zu treffen sehe ich gerade ich glaube das ist das letzte Level hier kann das sein ja das kann sein und ich glaube ich muss alle treffen um das zu schaffen und darf keinen Gegner äh keinen guten treffen dann los zweiter Versuch so nur keine guten treffen das ist das ist wichtig dabei ja ist gut 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 ist eigentlich reines Reflex Training das hat ja nicht viel mit Zielen zu tun ich darf bloß keinen falschen abschießen und damit haben wir das geschafft was kriegen wir denn dafür ein Energieknoten geile Sache so geht das jetzt noch weiter ja ich bin begeistert auf Level 1 okay wir können das Spielchen also noch eine Runde weiter treiben ähm ich werde mal schauen ob ich das jetzt mach auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal äh haben wir das noch absolviert und damit beende ich die Aufnahme und in der nächsten Aufnahme geht es dann da weiter wo ich gerade gespeichert habe dann werde ich mich jetzt dorthin wieder zurückbegeben auf dem Weg dorthin dürfte ja eigentlich nichts weiter passieren von daher sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder macht's gut bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin